Komische Gesetze. Ihr esst gerne Knobloch? Dann solltet ihr im US-Bundesstaat Indiana besser auf die Regeln achten. Denn hier ist es illegal, innerhalb von vier Stunden nach dem Verzehr von Knobloch in ein Theater zu gehen oder ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen. Klar, wer will schon die Knobifahne von irgendwelchen wildfremden Leuten in der Nase haben? Ich bin ziemlich hässlich. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß bei dem Film.